Meine Damen und Herren, wieder willkommen zurück zu Black Ops 2 Multiplayer Modus. Es ist wieder ewig lange her, dass ich gespielt habe. Dementsprechend seid mir nicht böse, wenn ich ein wenig schlecht bin. Ich muss die... ja, das Mikro ein bisschen weiter rüber Dingsbumsen zu mir. Wie gesagt, ich habe auch eine kleine Kamera. Na, eigentlich habe ich gar keine Kamera schon. Ich habe meine Kamera nur verliehen. Und deswegen gibt es jetzt halt von der anderen Seite... Wichser. Von der anderen Seite auf jeden Fall jetzt ein paar Videoaufnahmen von mir. Das wird eine kurze Zeit lang so laufen. Wo ist er? Ach, Sniper. Wo ist er? Jo. Ja, damit ihr Bescheid wisst. Ne? Ah, diese Mistdrecks. Ich kann es auch. Ich habe geübt. So, halt. Hahaha, du Ficker. Kleiner Wichser. Hilfe! Hilfe! Mann! Alter, was... Warum habe ich denn eigentlich nur ein Scharfschützengewehr und... Weg! Doppelgranate! Alter! Das ist ein Kack! Egal. Wir nehmen die Waffe und... feindliche Hunter-Killer-Drohne unterwegs. Was ich halt vergessen habe, war... Äh... Beim Scharfschützen... Ah! Ja! Ja! Gib mir das Scheißding! Dieser Bastard! Hehehehe! Er ist erledigt! Gib mir die Waffe. Ah, besser. Match besser. Ja! Gott, verfluchte Pisse! Echt! Ja! Ist klar. Hahaha! Egal! Dann machen wir auch Sniper! Das kriegen wir schon hin, irgendwie. Ah, danke, dass ich nichts habe hier. Wichser! Ich habe ihn nicht gesehen! Ich habe ihn nicht gesehen! So, wo ist die Sau? Ah, okay. Doppelscharfschützen. Von unserer Seite natürlich. Jetzt musste ich... Aha! Aha! Was? Was? Ah, okay. Ja. Okay. Okay. Komm her! Verdammt! Ähm, hier ist einer. Sofällig, oder? Ha! Legt mich doch am Arsch! Hahaha! Oh Mann. So eine Scheiße. Was seid ihr denn? Ich kann das auch! Ich kann auch Snipern. Siehste? Kann ich auch. Ich kann das auch. Ah! Äh, von rechts kommt wahrscheinlich vielleicht einer. Na komm, noch einer. Komm! Naja, will nicht. Schade. So! So! So sieht es nämlich aus. So kann man das machen. Wisst ihr? Mit ein... Mit ein Dings... Äh... Raschen. Also, so halb. So halb raschen. Wie schaße das? Alter, der war bei uns. Oh, nee, war er nicht. Oh, Kopfschuss? Nee, kein Kopfschuss. Ich hasse es, wenn auf dieser Karte nur gesnipert wird, weil es macht echt keinen Spaß. Es macht wirklich keinen Spaß. Und sowas regt mich echt richtig auf. So, welche Map kommt da als nächstes? Mirage. Wenn jetzt wieder Nuke-Taune kommt... Könnt ihr eigentlich mal, Klasseneritor... Hm. Ne? Könnt ihr eigentlich... Weg. Weg. Brauch schon. Oh, Frau. Oh, Frau da. Oh, Gott, nein. Bitte kein Franz, Mann. Wieder bei mir. So, ich muss erstmal meinen Klasseneritor machen. Also, äh... Ich wollte noch eine Primärwaffe dabei. Eine kleine. Das wäre dann mal geil. Friedensstifte, weil... Friedensstifte ist die beste Waffe überhaupt. Äh... Brauche ich dafür? Ja, wäre besser, ne? Ja. Okay, dann hätten wir nämlich das. Friedensstifte. ...da, da, 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 da... Traumhaft. Da, 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 da... Ähm. Ich glaube, das lassen wir so. Gut. Okay. Dann hätten wir den eingestellt. Dann... Versuchen wir mal, äh... auf Team Deathmatch... zu kommen. Ah, bist du, was? Scheiß drauf. Wir gehen in den Hardcore-Modus. Weil ich's kann. Weil ich's einfach kann. Ups. Danke. Alle weg. Aufnahme nimmt auch noch auf. Ich musste mal, ich musste auch übrigens mal wieder eine Aufnahme machen, um zu testen, ob das hier überhaupt alles läuft. Ich gehe auf jeden Fall los. Die Teams sind natürlich scheiße. Die Teams sind natürlich sehr mistig. Auf jemanden wieder? Insel, Saco, Soko, Tra. So, Hardcore, Bang. Okay, Hardcore. Warum habe ich denn diese Dreierwaffe überhaupt? Na, scheiß drauf. Abschuss bestätigt. Ist das dieser Dreischuss? Sie dürfen nicht wissen, dass wir existieren. Alle Feinde ausschalten. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine gute Idee war, mit der Waffe rumzulaufen. Ansonsten, ich habe ja noch den Sniper mit dem Friedensstifter. Kriegen wir schon. Junge, lauf. Ich hasse Camper. Ich hasse Camper. Camper können nix. Übrigens habe ich wirklich Laserdings drauf. Warum habe ich denn so einen Laser-Tag drauf? Aha. Na klar. Ha, 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 ha. Abschuss bestätigt. Okay, ich sollte hier mal weg. Ganz dringend. Wir haben die Kontrolle übernommen. Ja, super. Okay, mach du mal. Ah, Junge. Wir verlieren diesen Kack. Jetzt hat er das natürlich doppelt verkackt. Ähm, ja. Wo sind hier meine Gegner? Was habe ich denn hier? Ah, ja, Pistole. Das passt. Hm. Anstrengend. Sehr anstrengend. Papa hat mich nicht gesehen. Drohne nähert sich. Nee, hat mich nicht gesehen. Abschuss bestätigt. Nee, keiner. Okay, ich sollte mal hier weg. Okay, hier habe ich... Hm. Ich muss schauen, dass da... Was? Wo? Wo war der denn? Ich habe den nicht gesehen. Habt ihr den gesehen? Okay, da oben sind auf jeden Fall welche. Da drin. Ach Gott, Junge. Das Ding nehme ich mir mal mit. Rechts oder links? Rechts. Schon wieder Führung verloren. Was bin ich denn? Oh, zweitletzter. Vorletzter. Ich will nicht sterben. Ich habe aber keinen Teamkill gemacht. Das ist schon mal viel wert. Das ist... Verbündete Konterdrohne nähert sich. Abschuss bestätigt. So, ihr Pussys. Drecksack. Wow. Drecksniper. Wieder. So zum Heulen. Überall diese Sniper. Feindliche Hunter-Killer-Drohne unterwegs. Abschluss verwehrt. Hilfe? Oh Gott. Shit. Was habe ich denn hier? Oh, ja. Oh nein. Jetzt hatte ich so eine schöne Waffe. Ist hier irgendwo noch? Nee. Ich habe keine Waffe. Feindliche Konterdrohne in der Luft. Radar offline. Na toll. Es ist so zum Heulen hier. Ich kann mit der Waffe nicht weit gehen. Weil ich treffe damit nichts. Denn... Das ist eher so auf kurze Distanz. Wisst ihr? Und nicht so weit. Das wird nicht... Oh ja. Oh ja. Friedenstifter. Macht mich nicht tot. Mit dem Zielsucher. Das ist ein scheiß Witz, oder? Gott. Aber wo bin ich denn? Na komm. Okay. Na, du Pussy. Da bist du. Abschluss. Wah! Hilfe! Okay. Ich darf ja mal nachladen. Das wäre voll geil. Danke. Danke. So. Ich hab dich. Das war nur geraten, ehrlich gesagt. Das war gerade nur geraten. Ich hab noch meinen... Ah, toll. Den hätte ich auch benutzen können. Den hätte ich vielleicht den anderen auch noch weggenommen. Sack. Aber ihr merkt, äh... Zielen wird besser. Warum? Weil ich übe. Komm bei! Hey! Drohne steht bereit. Abschuss verwehrt. Na komm. Abschuss bestätigt. Warum ist das Ding weg? Ist ja blöd. Alter! Wie witzig war das denn? Tot? Tot. Abschuss verwehrt. Ich hab mich schön hochgeschossen. Was ich gerade hochgeschlafen sagen. Und das lag nicht am Zielsucher. Was haben wir verloren? Ja, ja. Traumhaft. Gib mir mal... Ah, toll. Ich dachte, das wäre ein anderer Raketenwerfer. Ah, fuck. Ich muss ja weg. Ich muss ja weg, 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 weg. Entschuldigung. Ja, toll. Jetzt bin ich angekratzt. Okay. Aufnahme läuft auch noch. Das ist ganz wichtig. Nicht erschießen, bitte. Wäre voll ungeil. Toll. Jetzt habe ich einen Hustenreiz. Jetzt geht er auch nicht weg. Kriege ich die Waffe? Ja! Geil! Jetzt habe ich ihn hier. Much better. Holle ich den Scheiß. Genau, lauft mal da lang. Kacke. Vielleicht... Nee, ist keiner hier oben. Drecks motherfucking Camper! Das ist doch nicht wahr! Hängen die die ganze Zeit da oben rum? Was sind das für Muschis? Achtung! Feindliche Drohne nähert sich! Könnte ich ausrasten bei sowas? Könnte ich so ausrasten? Könnte ich so ausrasten? Mach keinen Scheiß, Jungs! Achtung! Feindliche Hunter-Killer-Drohne unterwegs! Ja, toll. Mach keinen Scheiß! Das können wir noch gewinnen, das Ding. Das können wir noch gewinnen. An sich können wir das noch gewinnen. A-G-R unterwegs! Abschuss bestätigt! Hm. Wie steht's denn? Oh, wir führen doch! So eine Camper-Bitch! Komm, du kleiner Feigling! Komm her! Ups! Entschuldigung! Feindliche Drohne nähert sich! Abschuss bestätigt! Na komm! Letzter! Scheiße! Zoll nicht rum! Es war kein Absicht mit dem Teamkill! Jetzt kommt er aber, Alter! Mann, Scheiße! Anstrengend ist das! Okay, da kommt nix! Wie lange geht's denn? Noch eine Minute! Ja, endlich hab ich da was Schönes freigeschaltet! Kommt nix! Verbündete Drohne nähert sich! Feindlicher Hunter-Killer-Drohne unterwegs! Ja, toll! Was? Jung! Hau ab! War das gut oder war das gut? Haben wir die Kontrolle eine Zeit lang verloren? Oh, scheiße! Ich will diesen Hundes auch nicht mehr sehen! Weg ist er! Was bräuchte ich? Scheiße! Mann! Hau ab! Idiot! Ihr merkt, ich bin ein bisschen angespannt! Ist gar nicht böse gemeint! Oh Gott! Und dass der Abschlusskill war! Meine Fresse! Ist ja peinlich! Kleines, dummes Drecksstück! Drohne erwartet Befehle! Ach nein! Komm schon! Ich dachte, ich wäre der Letzte gewesen! Unentschieden! Was? Wie kann denn sowas passieren? Gott! Wie kann denn sowas passieren? Das ist doch nicht wahr! Aber ich hab mich noch gut hochgespielt! Muss man sagen! Also, das war schon gut! So, das hab ich freigeschaltet! Das hab ich freigeschaltet! Traumhaft! Gut! Ich mach jetzt hier aber einen Schnitt! Und im nächsten Part geht's weiter! In dem normalen Modus wieder! Also, wir sehen uns wieder später! Und bis dann! Und so! Haut rein! Bis dann! Bis dann! Vielen Dank.